Hallo liebe RamsterTV Zuschauer, die Sommer Holiday Tour neigt sich zu allmählich dem Ende zu, doch es wird noch einiges auf euch zukommen, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Nun denn, bereits zum zweiten Mal besuchte ich das Mehrgenerationenhaus, denn es wurde sehr künstlerisch. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt von einer erfahrenen Künstlerin. Bitte sehr. Mein Name ist Gaby Kassel. Ich führe heute das Projekt Kreativ mit Form und Farbe im Rahmen des Ferienprogramms durch, und zwar für den Verein Palazia Art in Steinwenden. Palazia Art ist ein kunstfördernder Verein, der vor vier Jahren gegründet wurde unter Vorsitz von Armin Wiegern anlässlich des internationalen Bildhauersymposiums in Steinwenden. Die Nachfrage für dieses farbenfrohe Ferienprogrammangebot ist sehr groß, wie man hier sehen kann. Mit welchen Angaben malen denn die Jungs und Mädels eigentlich? Also es sind 16 Teilnehmer, eine relativ große Gruppe, und das Thema meines Projektes lautet Kreativ mit Form und Farbe. Ich habe mir einen Künstler ausgewählt, und zwar Friedensreich 100 Wasser, und habe den Kindern Bilder gezeigt, über seine Werke erzählt, und die Kinder versuchen jetzt in seinem Stil eigene Bilder zu malen. Also malen wie die großen Künstler, könnte man das Projekt auch nennen. Wie viel Spaß macht dir die Arbeit, den Kleinen die Welt der Kunst zu zeigen, und was bedeutet für dich selbst die Kunst? Ich sehe das nicht als Arbeit. Für mich Freizeit macht mir sehr viel Spaß. Die Kinder sind sehr lieb und arbeiten ganz konsequent und sind zum Teil schon ganz tolle Kunstwerke im Entstehen. Kunst bedeutet für mich sehr viel. Ich bin, also wenn man das so sagen kann, ein kreativer Mensch. Ich bin selbst öfter kreativ tätig und habe großes Interesse an Kunst. Was sagst du eigentlich zur tollen Organisation des Jugendbüro-Team um Volker Hammel? Ich finde es ganz toll, was da jedes Jahr auf die Beine gestellt wird. Ein so vielfältiges Programm, das für alle irgendetwas bietet. Musik Bis zum nächsten Mal. Soll schöne, kreative, bunte Bilder von so jungen Künstlerinnen und Künstlern. Nicht nur ich war begeistert von den zahlreichen Bildern. Und auf jeden Fall soll auch jeder zu sehen bekommen, was denn alles gemalt wurde. Na dann stellt euch mal in der Reihe auf. Die Kamera steht und die Aufnahme läuft. Bitte sehr, das ist euer Moment. Hallo Mama, Oma, Opa. Hallo, das ist mein Bild. Hallo, das ist mein Bild. Hallo, das ist mein Bild. Das ist mein Bild und das hat mir sehr gefallen. Das ist mein Bild. Hallo, das ist mein Bild und das hat mir sehr gefallen. Das ist mein Bild. Das ist mein Bild, 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 ja. Wie hat es euch gefallen? Gut! Super! Wollt ihr nochmal herkommen? Ja! Schön war es mal wieder mit euch Kindern, doch nun muss ich schnell weiter, denn der Endspurt der Sommer Holiday Tour beginnt ja schon in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht es gut! Tschüss!